Diese Aufgabe betrifft die Kinematik von Schwingungen im ersten Teil, im zweiten Teil eher ein dynamisches Problem. Ein Teilchen schwingt harmonisch mit einer Frequenz von 7,5 Hertz und einer Amplitude von 16 Zentimeter. Also 16 Zentimeter hoch und runter und das macht er 7,5 Mal pro Sekunde. Es ist gefragt, wie schnell ist das Teilchen maximal und welche Beschleunigung hat das. Und da ist die Kinematik der Schwingungen ja so, dass wir sagen, dass wenn das Y von T, also die Auslenkung, eine harmonische Schwingung ist, schreibe es mal so, dann ist die Geschwindigkeit ebenfalls harmonisch, wir müssen dann den Kosinus ableiten und kommen auf A mal Omega mal, also Sinus abgeleitet, Kosinus von Omega mal T. Das ist die innere Ableitung, die das Omega hinausbringt und die Beschleunigung, muss ich nochmals ableiten, ist dann A mal Omega Quadrat mal Minus Sinus von Omega T, also mit einem Minuszeichen. Und die maximalen Werte habe ich immer dann, wenn der Sinus oder der Kosinus 1 ist. Größer können die ja nicht sein. Das heisst, bei der Auslenkung ist der maximale Wert gerade A, so ist die Amplitude definiert. Die maximale Geschwindigkeit, wenn das 1 ist, haben wir Vmax, ist dann offenbar A mal Omega. Und wenn wir Amax wollen, also die Beschleunigung im Maximum, müssen wir auch schauen, wo ist dann der Sinus gerade 1. Dann haben wir als Wert, also als Absolutwert für die Beschleunigung A mal Omega im Quadrat. Und hier ist es ja gefragt, wie groß ist die maximale Geschwindigkeit und wie groß ist die maximale Beschleunigung. Also sehr einfach, wir müssen einfach A mal Omega und A mal Omega im Quadrat ausrechnen. In der Aufgabe steht jetzt hier A, das ist die Amplitude, müssen wir in Metern ausdrücken. Omega steht nicht direkt da, aber wir wissen ja, Omega ist 2 Pi mal F. Oder umgekehrt gesagt, ja, ich kann gerade das F hier nehmen und mit 2 Pi multiplizieren und bekomme dann das, was ich brauche. So, dass wir also sagen können, Vmax ist A mal Omega, ist in dem Fall 2 Pi mal F. F ist in der Aufgabe 7,5 Hertz. A ist in der Aufgabe 16 Zentimeter, also 0,16 Meter mal 2 Pi mal 7,5 Hertz. Das gibt 2 Pi mal 7,5 Hertz, mal 0,16, das gibt etwa 7,54 Meter pro Sekunde. Das wäre das Vmax und das Amax, da müssen wir auf die Rechnung diese Zahl nochmals mit Omega multiplizieren. Also, wir erhalten dann A mal 2 Pi mal F im Quadrat. Da das Gleiche, aber einfach mit dem Quadrat ausgerechnet. Also, machen wir das nochmals, 2 mal Pi mal 7,5 gleich, und das ist Quadrieren, mal 0,16. Das gibt dann 355 Meter pro Sekunde im Quadrat. Und eine recht beachtliche Beschleunigung haben wir hier für dieses Teilchen. Das wäre die erste Aufgabe. Sehen wir also, wie schnell und wie stark beschleunigt so ein Teilchen, während so einer harmonischen Schwingung sich bewegt. Und im zweiten Teil geht es um etwas anderes. Da wird also ein Kran genommen, das ist beim Anhängen einer Last der Masse M1 gleich 1050 Kilogramm, an einem Kranhaken der Masse 60 Kilogramm, dehnt sich das Seil um 32 Millimeter. Also, ich hänge diese Tonne an, damit das Seil 32 Millimeter verlängert. Bei welcher Frequenz kann die Last vertikale Schwingungen ausführen? Also, Schwingungen in Richtung des Seils. Und wir vernachlässigen hier die Masse vom Seil und auch die Reibung. Nun, auch da ist die Dynamik von Schwingungen hier gefragt. Wenn wir so eine, also das ist das Seil, nicht wahr? Wir haben da jetzt zunächst nur den Kranhaken dran. Wenn wir jetzt da noch die Last dran bringen, dann verlängert sich das Seil um 32 Millimeter, ist dann weiter unten. Und mit dieser Verlängerung können wir ausrechnen, das ist quasi das X, und dass es verlängert wird, können wir herausrechnen, wie stark das Seil ist, also wie stark es auch zurückzieht. Und wir nehmen hier jetzt an, dass es eine elastische Deformation ist, wo wir also sagen können, dass das X nach dem Hooke'schen Gesetz dann vergrössert wird. Und das Federgesetz von Hooke sagt ja, dass die Kraft einer solchen Feder und einer solchen Seil ist gleich K mal X ist. Oder anders gesagt, die Federkonstante K ist dann die Kraft, die man da ausübt, durch die Verlängerung, die das Seil dann macht. Jetzt die Kraft, die wir anhängen, ist ja M mal G. Und zwar ist es M1, die Masse, die wir anhängen, mal G. Der Kranhaken war ja immer schon da, der hat das Seil nicht mehr zusätzlich belastet. Also diese Kraft, M1 mal G, schreiben wir oben hin und die Verlängerung dann unten hin, dann bekommen wir die Federkonstante. Der Restmesser schau es, das ist 1050 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Durch die Verlängerung jetzt in Metern, das ist also 32 Millimeter oder 0,032 Meter. 1050, oh, mal 9,81 durch 0,032, das gibt das eine sehr große Zahl von 321.00321, ich schreibe es mal einfach ab, Newton pro Meter. Die Zahl nehme ich auch schon in den Speicher. Jetzt geht es aber weiter. Die Frequenz einer Schwingung ist ja nach dem Gesetz der ruckischen Schwingungen, also der harmonischen Schwingungen, ja, Wurzel aus K durch M. Und dann wäre jetzt hier die gesamte federnde Masse, die vom Seil dürfen wir ja vernachlässigen, aber da ist der Haken jetzt mit dabei, der federt ja auch mit, wenn wir da so eine Schwingung machen. Das heißt, wir müssen jetzt hier als träge Masse quasi die Masse, die angehängt ist, plus die Masse vom Haken nehmen. Das heißt, das ist hier M1 plus M0. Das ist die Kreisfrequenz einer solchen Schwingung. Das K haben wir ja ausgerechnet vorher. Das müssen wir jetzt dividieren durch die Summe der beiden Massen. Das wäre jetzt hier einfach 1110 Kilogramm und dann die Wurzel draus nehmen. Also unser K hatten wir ja schon. Dividieren wir das durch, Klammer auf, ja, 1050 plus 60, Klammer zu, gleich und dann die Wurzel. Da kommen wir auf 17,03 etwa Rad pro Sekunden. Das wäre jetzt die Kreisfrequenz. Gefragt ist aber die normale Frequenz f, also Omega durch 2 Pi. Also unsere Zahl hier noch dividiert durch 2 Pi. Das gibt, die Zahl haben wir noch, durch 2, durch Pi, 2,71 Hertz. Also wir sehen, dass diese Last, das ist doch eine grosse Last an diesem harten Seil, etwa zweimal oder etwa dreimal pro Sekunde schwingen kann. Also das ist die Geschwindigkeit, mit der das schwingen würde. Das würde auch bedeuten, wenn das die Eigenfrequenz ist, dass man gegebenenfalls hier durch Anregung eine Resonanz erzielen könnte, wenn man die Anregung ungeschickt wählt oder geschickt wählt, wenn man das an 2,7 Hertz nimmt als Anregungsfrequenz, kommt das eventuell in Resonanz.